Oh, das war unerwartet. Okay, fairpoint. Würde mich auch gerne Toto machen, dann habe ich nämlich meinen Perk, dass ich mein... was auch immer bekomme. Ich seh Emily rennen. Okay. Ich bin bei Shack, Emily. Ja, ne, ich bin flashlight saving. Wo ist der jetzt noch? Jen. Bei Shack ist einer. Also nicht nur Shack, sondern By Shack. Okay. Also den, den hab ich gesehen, ja. Mann, die Map hat... was ist das? Renn, 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 renn. Das ist ja gut. Aber es gibt... oh Leute, ich bin hängen liegen. Also ich hab mich zurück... Wissen wir. Dann gibt es ein paar Spots, da kommst du einfach hin. Ach, natürlich. Ach, Gamefick dich. Ja gut, dafür... Oh, brand your pot. Oh, let's go. Der Arme. Das sind ja Balken. Ja, oder? Der Arme, Alter. Was ist das für ein Balken? Ja, das ist irgendein Bug. Ja, ich kenn mich trotzdem. Die Map ist scheiße an manchen Stellen. Hier ist nicht... Erheb dich nicht auf! Nein, erheb dich nicht auf! Ja, weil er dich jetzt will. Ja. Mach schnell den Jen an, ich hab Adrenalin. Wir ziehen letzten Jen durch und machen Tür 99, würde ich sagen. Ja. Ich geh zu der Tür da nicht direkt, Shrubi, ja? Willst du Helmut dann holen? Schnell, mach schnell an, mach schnell an, mach schnell an! Hast du Adrenalin bekommen? Ja. Ja. Ja, hat er. Sehr schön. Hat er, ja. Nö, nö, nö! Nein! Nein! Oh mein Gott! Hä, was? Aber im großen Gebäude ist doch nur noch ein Totem. Da sind es doch alle, oder nicht? Es sind mehrere Totem. Es sind mehrere Totem. Es sind nur zwei. Nein! Nein! Das ist einfach zu close. Das war... Hättest mich erstmal liegen lassen sollen. Lieber die anderen mich aufheben lassen sollen. So fucked up. Es ist so fucking unverstanden. Ich lasse meine Flashlight leer. Ich kann nicht mehr Flashlight saving. Jungen!